Ich liebe die Frau, die mir keine kleinen Beine trübt. Ich sage immer Laufhaus, weil die Damen so rein drüben ist kein Puff. Nur Laufhaus, weil die Damen da drüben so schnell sind. Und das tut mir voll. Eine schnelle Frau ist mir liebens wie eine Alte. Er kennt Leute den, oder? Er hat einen Kürzner aufgestellt. Ich denke, das war eine geile Maschine. Jetzt habe ich mit ihr so geredet. Er ist gerade mit dem Einkaufswagel zu Hause gefahren. Er hat gesagt, ich war auch dabei. Ich bin Witwe. Das war kein Problem. Ich bin dabei. Jetzt treffen wir uns im Premier um. Ich war da mit ihr. Das habt ihr euch gleich so ausgemacht? Das haben wir uns beim Beinemarkt ausgemacht. Wir haben geredet. Ich habe gesagt, ich darf sie gerne mal haben. Ich habe gesagt, ich war auch dabei. Ich habe das schon lange gehabt. Ich bin live dabei. Ist auch schon mal passiert sowas? Mir ist sowas auch nie passiert bei ihm. Das ist ein Kürzner. Was? Der Wechsel hat einen Kürzner, ich weiß es nicht. Wenn der Alte keiner lernt, entweder er muss 100 Kilo haben, was ihm gefällt, einen Trottel. Wenn er nicht nur 70 Kilo hat, schaut er gar nicht an, der Trottel. Das muss ein Gehsteigpanzer sein. Bis zum nächsten Mal.